So, herzlich willkommen, Markus Autopflege. Heute geht es um das G-Technik EXO V3. Das ist eine hydrophobische Schutzschicht für alle Keramikversiegelungen. Viel Spaß mit diesem Video. Bei dem G-Technik EXO V3 handelt es sich um eine Topping-Schicht oder Standalone-Versiegelung, die eben sehr hydrophob ist, aber nicht extrem hart wird. Hat eben einige Vorteile, besonders jetzt eigentlich in Kombination mit dem Christoserum Light. Hier nochmal, um auf Teil 1 des Videos einzugehen, seht ihr oben links nochmal eingeblendet das Video vom Christoserum Light. Das Christoserum Light ist eine Keramikversiegelung, die wird sehr hart, perlt auch extrem gut ab. Der Abwehr-Effekt kann aber noch zusätzlich gepusht werden, beziehungsweise die Gefahr von Wasser- bzw. Kalkflecken kann minimiert werden, weil Keramikversiegelungen, Silizium-Dioxidversiegelungen generell haben immer Probleme mit Kalkflecken oder Wasserflecken generell. Kommt natürlich auf die Umgebung drauf an und so weiter und so fort. Das EXO V3 vermindert aber diese Gefahr und pusht zusätzlich nochmal den ganzen Abwehr-Effekt. Das zeige ich euch gleich nochmal im Verarbeitungsvideo. Wir gehen nochmal kurz einmal darauf ein, was alles in diesem Set enthalten ist. Diese Versiegelung gibt es im 30ml Set und im 50ml Set. Ich würde euch auch empfehlen, das Ganze mit dem Christoserum Light und dem EXO immer zusammen zu kaufen als Paket. Ist erstens günstiger und zweitens natürlich vorteilhafter. Der Verbrauch bei beiden Versiegelungen liegt gleich. Das heißt, ihr müsst immer 30ml, 30ml kaufen oder 50ml, 50ml. So haben wir das auch im Shop angelegt. Ist der sinnvollere Weg. Was ist alles enthalten in diesem Set? Ihr habt einmal entweder die Flasche 30ml oder 50ml EXO V3, dann ein Auftrags-Mikrofaser-Applikator und die Anleitung von G-Technik. Alles sehr leicht verständlich. Ihr habt nochmal auf der Rückseite der Verpackung eine kurze Anleitung, wie das Ganze aufzutragen ist, wenn es eine Stand-alone-Versiegelung ist. Das ist der gleiche Auftrag wie beim Christoserum Light. Das heißt eigentlich nur, Auto waschen, desinfizieren, also vorreinigen mit dem Panel-Wipe. Danach dann auftragen, auspolieren, aushärten lassen. Das sind eigentlich immer so die Standardschritte, die die Versiegelung angehen. Und ansonsten würde ich sagen, treffe uns einfach wieder in der Fahrzeugaufbereitung und wir tragen das Ganze jetzt einmal auf. So, nachdem wir ja das Christoserum Light auf der anderen Seite, beziehungsweise ich, auf der gesamten Lackoberfläche einmal komplett aufgetragen haben und das jetzt auch ausgehärtet ist schon im Info-Owned, bitte wundert euch nicht, da muss ich noch die Felgen komplett einmal abstrahlen. Und daher tragen wir jetzt hier auf der Türseite das Exo auf und auf der Kotflügelseite ist ja nur das Serum Light und da möchten wir mal gucken, ob wir einen Unterschied beim Abhellverhalten überhaupt auf der Kamera wahrnehmen können. Ich habe das selber schon getestet, dass man sieht das schon, dass der Tropfenwinkel natürlich deutlich höher ist, so wie ihr das ja schon auch auf der Rückseite gesehen habt hier von der Verpackung. Und ich würde sagen, beginnen wir einfach mal mit dem Auftrag. Als erstes brauchen wir nicht vorreinigen. Wir tragen jetzt oder applizieren jetzt einfach nur die ganze Versiegelung auf das Bauteil auf. Als erstes nehmen wir uns natürlich wieder die Flasche, machen die einmal auf, den Deckel schön beiseite legen, den brauchen wir auf jeden Fall noch und anschließend, hier haben wir jetzt wieder einen Tropferverschluss drin, bei der anderen hatten wir das ja nicht. Ihr könnt die Pipette nehmen, wenn ihr diesen Tropferverschluss rausnehmt. Ich nehme den aber jetzt nicht, also ich nehme den Tropferverschluss jetzt mit dem kleinen Pad. Dann tunken wir einfach mal so ein bisschen was drauf. Ihr seht das, da kommt sehr wenig raus, ein langsamer Tropferverschluss. Und applizieren das Ganze einfach mal. Und das ist schon so ultra verdammt glatt. Richtig, richtig verdammt glatt. Das kann man gar nicht beschreiben. Das ist heftig. Krasse Sache. Also das muss man dem Zeug auf jeden Fall lassen. Echt krass, ey. Das müsst ihr selber mal ausprobieren, wie glatt das ist. Das ist so heftig. Also das ist schon krass. Also es lässt sich ziemlich gut verarbeiten. Wirklich sehr, 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 sehr schmierig kann man sagen. Aber irgendwie auch ziemlich gut. Auf jeden Fall anders als der Booster. Das merkt man schon. So, nachdem ich jetzt das komplette Bauteil hier einmal appliziert habe, sieht man nicht viel. Nur eine leichte Schlierenbildung. Aber die verschwindet auch schon ein wenig. Also denke ich mal, das lüftet schon relativ satt ab. Und jetzt benutze ich einfach nur wieder ein Y-Lex Mikrofasertuch und poliere einfach in kreisenden Bewegungen aus. Und die Oberfläche wird verdammt glänzend. Das merkt man auf jeden Fall, ja. Ich würde erstmal auch, besonders bei dem Zeug jetzt, mit einem Schmandtuch, also mit einem Erstmikrofasertuch rübergehen und so gesehen den Überschuss erstmal grob abtragen. Und anschließend würde ich ein neues Mikrofasertuch nehmen, so wie ich das jetzt auch gleich mache, und gehe nochmal in kleinen kreisenden Bewegungen rüber. So könnt ihr auf jeden Fall nochmal explizit diese ganze Schlierenbildung minimieren. Das ist echt verdammt wichtig, was das angeht. Ja, und dann lassen wir das Ganze wieder auf, ja, ich sage eher sogar zwölf Minuten, komplett einmal aushärten. Ja, dann warten wir einfach mal die kompletten zwölf Minuten ab, bis das Ganze richtig ausgeertet ist. So, jetzt haben wir nur ein paar Sekunden, dann ist das Ganze fertig. Warten wir nochmal kurz ab. Und die Oberfläche kühlt jetzt einfach nochmal wieder aus, also hier mit dem gleichen Abstand, weil wir haben jetzt ungefähr 30, 40 Grad noch auf der Oberfläche. Das lassen wir jetzt abkühlen, und dann zeige ich euch gleich nochmal den Abpair-Effekt zwischen beiden Oberflächen. So, die Oberfläche ist jetzt vollständig abgekühlt, und jetzt können wir noch mit dem Abpair-Effekt betrachten. Ich gehe nochmal auf das, nur das normale Serum Light, was schon echt einen brutalen Abpair-Effekt hat. Ihr seht das dann nochmal hier. Das ist echt schon ultra faszinierend, wie hoch dieser Tropfenwinkel schon ist. Ich denke mal, ihr könnt es auf dem Video gar nicht so direkt erkennen, aber der ist wirklich fast komplett rund. Und jetzt gehen wir nochmal beim Exo hin, und das ist ja noch krasser, heftig. Man sieht auf jeden Fall schon einen Unterschied. Der ist natürlich minimal. Ich denke mal, aber man kann es sehr schwer auf der Kamera erkennen. Ich versuche das nochmal so ein bisschen so zu drehen. Ja, ich drehe die Kamera nochmal. So vielleicht. Und jetzt schaut noch mal auf die Lenkefläche. Könnt ihr das erkennen? Ja. Sehr, sehr nice. Hier nochmal. Echt heftig. Also, ich bin sehr, sehr positiv überrascht von der ganzen Geschichte. Echt eine sehr, sehr faszinierende Geschichte. Besonders auch wie hier hinten, wie rund die Dinger sind. Könnt ihr das so erkennen? Ja. So. Heftige Sache. Wirklich. Sehr, sehr erstaunlich. Upper-Effekt hat mich auf jeden Fall schon mal komplett überzeugt. Ihr seht das hier auch nochmal. Und ich denke mal, das Exo, wenn das noch deutlich stärker auskettet ist, wird das nochmal ein bisschen den Upper-Effekt pushen. Aber der Glanz ist ja auch schon total ausschlaggebend. Ich gehe nochmal hier oben hin. Da haben wir so eine kleine Wölbung. Da kann man das nochmal richtig schön sauber erkennen. Also das ist echt 1A Sahne. Wirklich 1A Sahne. Na gut, alles klar. Haben wir soweit alles komplett getestet. Ab wieder zurück ins YouTube-Studio. Ja, das hat alles extrem gut geklappt. Also ich finde die Versiegelung, mein kurzes persönliches Fazit dazu, ich finde die Versiegelung als Topping sehr gut. Als Standalone-Versiegelung würde ich die selber nicht direkt anwenden. Weil ich finde, man braucht auf jeden Fall auch die Härte und die Beständigkeit. Und da finde ich das, also das Zusammenspiel von beiden Versiegelungen finde ich gut. Aber nur das Exo V3 würde ich selber so nicht anwenden. Aber da ist jeder geteilter Meinung. Zusammen harmoniert das extrem gut. Ich denke mir, ihr habt ja auch den Abpereffekt gesehen. Auch vielleicht den kleinen Unterschied, der ist nicht groß, der Unterschied, aber man sieht ihn auf jeden Fall auch von der linken zur rechten Fläche, wie schnell oder wie gut auch die Wasserperlen dann abperlen. Und besonders auch den Tropfenwinkel. Wenn man jetzt im Querschnitt drauf gucken würde, wie rund der Wassertropfen dann zur Oberfläche ist. und das ist natürlich auf der Kamera sehr schwer einzufangen. Aber ich habe das selber auch schon alles gesehen. Man sieht das auch ein bisschen besser auf waagerechten Flächen, natürlich nicht auf senkrechten Flächen. Hatte ich jetzt, konnte ich jetzt aber leider nicht mehr weiterfilmen, weil das Auto musste ich leider noch abgeben. Ja, um nochmal auf den Arbeitsschutz hinzuzukommen, ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, in gut belüfteten Räumen das Ganze anzuwenden oder 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 und sage ich mal mit Lackierschutzmasken beziehungsweise Atemschutzmasken haben wir ja von 3M und die Arbeck 1 Filter, damit die Lösungsmittel oder Späbstoffe eben komplett alle rausgefiltert werden. Mit normalen Lackiermasken geht das leider nicht. Und nochmal, um auf die Katalogseite hinzuzukommen, ich muss die leider rausreißen, weil die Katalogseite gibt es nicht als PDF-Form. Die Katalogseite ist jetzt die 13, steht aber nicht wirklich viel drin, außer dass eben 18 bis 24 Monate Beständigkeit sind. Das sind so circa zwei Jahre. Könnte auch schon sehr gut sein. Wir haben das jetzt noch nicht im Langzeit-Test getestet, aber viele andere Aufbereiter haben diese Versiegelung schon angewendet und die ist auf jeden Fall extrem vielversprechend und hält auch eigentlich immer mal das, was sie sagt. Gut, habt ihr sonst noch irgendwelche Fragen zu dieser Versiegelung? Bin ich natürlich gerne für euch da, ansonsten subscribe und like und teilen.